also juhu leute maus und scobian hier spaaass leute euer mein zeug mal wieder da und damit ein kräftiges hallo und was auch immer ich hier alles für ansagen durchgehen ich bin immer noch recht verschnupft alles ist scheißegal denn die woche kamen verdammt wenig videos habe ich so irgendwie das gefühl gehabt tatsächlich hat nicht so das gefühl es kam kaum wenig videos gut letztendlich das letzte video und stream waren am montag was man ein bisschen gestört hat wiederum weil jetzt ist freitag es kamen drei wochen dazwischen äh drei wochen drei wochen genau leute drei wochen drei wochen das wärs leute drei wochen kein video nein das sollten wir lassen kommen ich habe auch zwei woche lande ich werde vor produzieren alles leute ihr müsst eure videos halten leute ihr müsst eure videos halten dafür sorge ich das soll jetzt auch nicht mehr passieren dass ich so kurz so lange pause zumindest kam es mir halt richtig ewig vor und deswegen würde ich einfach sagen machen wir von der dropper map einen zweiten part denn ihr habt gesagt ihr wollt einen zweiten part haben leute deswegen geben wir euch auch einen zweiten part also los rein okay Leute sind wir schon in der dropper map the tree drin und würde ich sagen ohne leise rumsteigen hier level 5 the tree machen wir einfach weiter und mal gucken ob wir wie viel level wir schaffen und wie gut wir schon sind oh gott warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte verdammt ich hätte es fast geschafft ich hätte es fast geschafft hätte ich dauern vorbei weil ich hätte es endlich vielleicht sogar noch ganz da unten geschafft ok 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 nein let it go let it go let it go let it go so gut wie beim ersten mal werde ich echt nicht mehr warte mal wo war ich beim ersten mal gegangen warte mal warte mal ich glaube ich war hier so um die dreh rum oder ok lass mich gehen das wäre let me go let me go let me go ok 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 kann ich sein ist so auf kacken hier nein 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 naaaah ok ok wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das denn ich glaube aber einfacher wird es dir wohl echt nicht mehr ach verdammt das scheiße ok noch ein versuch ok 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 volang 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 ok noch ein versuch Ok, da lang, zack, warte, 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 warte. Fuck! Wir hätten es fast geschafft. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst. Wir hätten es wirklich fast geschafft. Warte, warte. Das möchte ich jetzt versuchen. Warte, ich versuche das jetzt nochmal. Ah, scheiße. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, noch ein Versuch. Hä? Hallo? Okay. Ah, jetzt... Okay, Leute, also ich... Wir sind jetzt... Wir überleben hier... Ach, das ist ja bestimmt Legions. Also, ich würde sagen, das ist... Egal, das ist... Wir überleben halt, also... Okay, hier war das Wasser gewesen. Ja gut, ähm... Ist mir auch recht. Äh, ich bin jetzt nicht geflogen, nein. Ähm... Wo lang? Da lang? Oh, den lang hier ist er... Da? Da... Da war irgendwas... Haben wir sie geschafft? Was willst du von mir? Warte mal, da war... Da war irgendwas gelbes. Müsst du zu dem Vogelnest? Leute, da ist ein Kürbis. Da sind ganz viele Kürbisse. Okay, jetzt kommen wir weiter. Ist da was in dem Vogelnest drin? Nö. Leute, ich finde den Knopf nicht. Ich sollte keine Feinde-Button-Map spielen. Oder doch? Vielleicht sollte ich das ja mal machen. Leute, wenn ich mal eine Feinde-Button-Map spielen soll, schreibt's unbedingt in die Kommentare. Dann werden wir das demnächst auch mal tun. So für euch... Warum nicht? Okay. Ja, hier gibt's... Wir haben das Level jetzt auf jeden Fall geschafft, Leute. Ihr seht's hier... Wir haben nur's geschafft, das Level. Ich denk, das zählt erst geschafft, oder, Leute? Würde ich sagen... Embryo! Okay, es ist bruchsteinmäßig. Es ist dunkel hier. Das Licht ist nicht so toll. Es regnet. Nö. Ähm. Okay, jetzt regnet's. Neuer Versuch. Es ist bruchsteinmäßig. Es ist leicht dunkel hier. Die Stimmung ist angeschlagen. Es regnet. Genau deswegen werden wir weitergehen zu euren neuen Runde. Minecraft Rubber Map, Leute. Gleich geht's los. Wohin? Wohin? Was? Wo... Wohin? Wo... Oh, wir sind im Regen, Leute. Wir sind im Regen. Okay, warte, warte. Okay, warte mal. Nochmal. Okay. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Gott. Es fängt dieses Schessiges wieder an. Können wir Effect Clear oder so machen? Für mich sind die Dropper hier echt zu... Okay, wir sind wieder da. Es ist... Es ist immer noch dunkel. Es ist steinig. Kein Menschenseele war je hier. Es ist feucht, denn es regnet. Oh, ne. Ich hab die ganzen Level nicht die ganze Zeit. Okay, warte mal. Okay. Okay, let's go. Let's go. Denn wir müssen von dem Regen weg. Ich hab mein Regenschirm mit. Da lang, da lang, da lang. Okay, okay. Wo lang? Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Fuck! Okay, Leute. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Runde... Minecraft Dropper Map. Map? Map. Natürlich. Was das mit dieser Folge Minecraft Dropper? Wenn ihr einen dritten Part wollt, lasst unbedingt mal einen fetten Daumen nach oben. Ich würde sagen, super... Was? Ich würde sagen, bei 13 Likes, Leute. Bei 13 Likes, Leute. Bei 13 Likes, Leute, kommt noch ein dritter Part, wo wir dann... Naja, ich würde sagen, wir machen ein paar Level weiter. Vielleicht so fünf Stück oder so vielleicht. Je nachdem. Mal gucken, was ich sagen, Leute. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Heute kommt auch noch das Telefeed. Vergesst es nicht. Ich rede gerade sehr schnell. Ist mir jetzt alles egal. Ich... Keine Ahnung warum. Will ich sagen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Warum aber immer ich so schnell geredet habe.